. Ich habe auch ein Becken bekommen aus Thüringen. Beziehungsweise, Moment, mit einem netten Schreiben noch, und zwar von der Jessica und von Marcel. Und wie gesagt, aus Thüringen ist das. Und dann hat er mir zwei Bierproben zukommen lassen. Von den Büren habe ich noch nie was gehört. Und Tabaksproben von der Pfeifenmacherei am Inselberg. Und diesen Pfeifenmacher, da gibt es ein Video auf YouTube. Ich habe es aber jetzt auf Anhieb nicht gefunden. Da müsst ihr mal googeln. Und scheinbar verkauft der Tabak ja auch, gell. Und einen habe ich gerade in meiner Dennis-Donti-Pfeife. Und zwar ist das diese Virginia-Mischung mit Börle. Ist da dabei gewesen. Zu drei. Dann Black Cavendish. Und Virginia und der Privatblend. Also den Virginia mit Börle, den habe ich gerade drinnen. Muss ja aufpassen, da ist gar nicht mehr so viel da. Und ein Rotkäppchen-Sett für meine Ewe. Mango. Habe ich auch noch nicht gehört. Ja, und das Bier muss man natürlich testen, gell. Also einmal zu dem Tabak. Auf diesem Weg nochmal Jessica, gell. Marcel, vielen, vielen Dank. Habe ich riesig gefreut. Und jetzt habe ich da ein Bier. Das heißt 98574 Schmeckeller Edelbriss. Nie was gehört von dem Bier, gell. Du kannst bitte beachten. Unser Bier wird nach dem Brauen keiner thermischen Belastung ausgesetzt, um den vollen Biergeschmack zu erhalten. Und deshalb ist unser Bier zum baldigen Genuss bestimmt. Ja, also bis 9.220. Jetzt mal das Bier einmal auf. Das ist ein Pilz. Einmal ist das im Thüringer Raum vertreten. Keine Ahnung. Sprült richtig. Schöne goldgebe Farbe. Leicht herber Geruch. Prost auf euch. Ja, schön hopfig. Für einen Pilz gar nicht mal so bitter, sage ich einmal. Promille, 5,1. Ja, und die meisten Pilze haben so 4,9. Oh, ist eh vollmundig. Ja, passt zu dem, zu dem Tabak. Virginia und Börle. Gut, ich gehe jetzt einmal davon aus. Ich weiß nicht, ob der selber die Tabak gemischt hat, aber die mischen lässt vom Cola aus ihrem Kopf oder was. Das sind ja nur Proben, da ist jetzt auch kein Steuerzeichen oder irgendwas drauf. Aber der Tabak ist gut und beißt jetzt sehr hervorragend zu dem Pilz, gell. Oh, ist gerade ein Feierabend, gell. Ein schönes Feierabendbier. Da muss ich mir Evi einmal testen müssen. Evi, probier du mal. Soll ich mir gescheit auch, dass du es schmeckst. Bist du jetzt an der Pilzfein, oder? Nein. Okay. Überhaupt nicht. Also mir schmeckt das. Nein. Ach. Also ein schönes Feierabendbier. Noch nie gehört was von dem Bier. Keine Ahnung. Aber es schmeckt. Vielen Dank, Jessica und Marcel. Ich werde das jetzt einmal in Ruhe ausdringen. Ich mache einen kurzen Schnitt. Und dann probieren wir das Landbier. Schmeckerler Landbier. Und das ist eben das Schmeckerler Edelbiss. Gell. Also machen wir gleich den Schnitt. Dann geht's weiter. So. Das Bier. Das Bier. Ich gebe 8 Punkte, weil es wirklich sehr gut ist. 8 von 10, gell. Weil mich einmal einer gefragt hat, ob ich überhaupt einen Zehner vergib. 10 Punkte. Also ich muss echt sagen, so ein Bier habe ich noch nicht getrunken. Aber ich hätte sagen, keine 10 Punkte, gell. Dass es mir wirklich umgeht. Also das ist der Wahnsinn oder was. Also mit 10. Na ja, vielleicht darf ich es noch mal irgendwann genießen. Aber jetzt kommen wir mal zum ersten Mal. Zum Rotkäppchen. Fruchtsäckchen. Mango. Da habe ich jetzt der Evie Glaser hergekriegt. Ich schenke dir eins ein, Evie. Danke. So, schön vorsichtig. Ja, das geht nicht schon, oder? Ja. Wunderbar. Ja, war ein schönes Grußglaschen. Geht's ja da? Vielen Dank. Ich mache mir jetzt das Schmeckerl Langbier auf. Ich habe jetzt zwar ein Pallanerglaschen, aber ich denke mal, Pallaner wird da nichts dagegen haben, gell. Ich mache mir an, dass das Bier nicht kommt. So, Hörterl. Ja, auch schön Goldkölb. Schöne Schaumkrone. Ich mache die Freude. Probier's mal. Wie viel Prost? Prost, schauen wir mal. Ja. Ein schön süffiges Bier. Wie viel geschmeckt der Teile? Sehr gut. Das ist wirklich ein tolles Sommergetränk. Also wenn er eiskalt ist. Ist er ja. Eiskalt. Ja, eiskalt. Sie waren gut schon geschafft. Vielen Dank. Hat mich auch gefreut. Das egal. Marcel hat es gehört. Vielen Dank. Danke. Ich bedanke mich natürlich auch noch einmal. Ich rauche immer noch den gleichen Tabak, den ich vorher geraucht habe. Marbezzinia mit Börri. Wollen wir erst das Bier konzentrieren. Überhaupt nicht herb. Geht bei mir schon ein bisschen in süßlich hinein. Mag ich eigentlich beim hellen nicht so. Da kann ich auch mit dem normalen Augustiner nichts anfangen außer Fassl. Da schmeckt es mir dann besser. Weil das Bier einfach zuerst ist. Genauso wie das Tegernsee. Das sind hervorragende Biere. Aber das sind mir alle zuerst. Und das geht ein bisschen in die Richtung. Ich gebe jetzt zu zwei Blutern Roseco. Aber ich probiere es auch. Aber der Tabak, gell? Super. Ja. Das ist eh wieder mein Bier. Das ist wieder dein Bier. Ja, weil es süß ist. Ja. Nein, das schmeckt. War mir eigentlich klar. Ja. Auf jeden Fall. Nö, doch. Aber es ist süßig, muss ich sagen. Aber dir ist süß. Aber mir ist es ein Tick süß. Nö, das darf ich schon trinken. Und dann das PS 4,9. Da habe ich jetzt eine Internetadresse von dem Bier. Beim anderen steht das nicht drauf. www.meinbier-für-bier.de Das verlinke ich euch unten die Internetadresse. Geht, da könnt ihr mal reinschauen. Wem es interessiert. Ja. Es ist auch ein schönes Feierabendbier, sage ich jetzt einmal. Aber nichts, was mir jetzt vom Hocker haut. Benotung. Sechs, sieben. Ich sage mal sechs und halb. Mach sie mich, weil meiner kommt dazu. Also sie mich. Ja gut, der Ebi schmeckt dann auch immer sie mich. Ist ja gut so, dass die Geschmäcker verschieden sind, sage ich jetzt einmal. Weil ja, also wenn jeder da einen gleichen Geschmack hat, da braucht man eigentlich bloß eine Bier-Sorte nachher. Und mit der Tabak ist sie ja im Prinzip genauso. Ja, liebe Jessica, lieber Marcel. Noch einmal vielen Dank. Habt es mir riesenfreudig gemacht. Verwachte werde ich hin und wieder mal, wenn ich ein Video mache, auch natürlich rauchen und berichten. Und das trinken wir jetzt noch gemütlich aus. Auf jeden Fall. Und dann vielen Dank fürs Zuschauen. Noch einmal vielen Dank an euch, Jessica und Marcel. Grüße nach Thüringen. Und wir sehen uns dann bis zum nächsten Mal. Servus aus Bayern. Ich bin einig, Entgłos ger mammal? No, ich trader. Wir machen viel mehr, ich bin oder stars. Miche vì, ich bin an Schein.